Auf dem Reinscheibenkopf, in der Nähe des alten Gaden, habe ich die Kamera vor einem Tagsbau aufgestellt. Das ist das Kamerabild in der Nacht. Am Abend, um 5.10 Uhr, kam er dann aus der Höhle raus. Und wie man sieht, habe ich ihn gerade beim Frühlingsputz erwischt. Immer wieder ist er in die Höhle hinein und das Laub, das im Winter draufgelegen ist, mit seinen starken Pranken herausgeräumt. Der Tags ist ein ganz sauberes Tier. Auch über das Jahr aus, räumt er seine Höhle immer wieder. Endlich war er dann fertig und kam raus. Das Erste, was er gemacht hat, natürlich ist er in 4 markiert. Er hat ihn überall rumgeschnüffelt. Der Tags ist ja ein Allesfräser. Würm, Käfer, ja sogar As steht aus seinem Speisszädel. Dann war es dann Zeit für seinen Rundgang, wo er immer wieder der Woll gemacht hat. Am Morgen um 6.30 Uhr kam er wieder zurück. Ich habe nochmals einen Kontrollgang gemacht, um es reinzubauen. Alles in Ordnung, also kann man jetzt schlafen. Sudden.